Und zu unserem Tagesgespräch begrüße ich jetzt Markus Färber von der CSU, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung im Europäischen Parlament. Einen schönen guten Tag, Herr Färber. Guten Tag, Frau Augustin. Freitagnachmittag hat der neue griechische Finanzminister die Zusammenarbeit mit der Troika quasi vor laufender Kamera für beendet erklärt. Haben Sie sich von dem Schock schon wieder etwas erholt? Ich war nicht schockiert, das ist ja im Wahlkampf angekündigt worden. Die Frage ist ja, wer langfristig einen Schock haben wird, die Troika oder Griechenland. Und meine Prognose ist, dass Griechenland den Schock haben wird. Und deswegen wird sich da manches wieder normalisieren, was jetzt in der ersten Woche noch ganz anders formuliert wurde. Ein bisschen ist die Regierung in Athen ja auch schon wieder zurückgerudert. Von einem Schuldenschnitt ist jetzt nicht mehr die Rede, so wie es im Wahlkampf noch war. Bis Ende Mai will Athen eine Lösung gefunden haben, hat der Finanzminister gestern in Paris gesagt. Ende Februar läuft aber schon die Unterstützung der internationalen Geldgeber für Athen aus. Kann Griechenland überhaupt erst mal ohne diese Zahlung klarkommen? Natürlich nicht. Und das weiß auch die neue griechische Regierung. Auf den Kapitalmärkten kann sich Griechenland zurzeit nicht finanzieren. Für mich ist interessant, dass schon im Vorfeld des Wahltermins und der Erwartung, dass Samaras und seine Regierung abgewählt werden, die Steuerehrlichkeit in Griechenland abgenommen hat. Also ein Land, wo die Menschen sagen, ich führe mal die Mehrwertsteuer vorsichtshalber nicht ab, in der Erwartung, dass eine neue Regierung hinkommt, die dieses Modell, wir müssen ehrlich, Steuern zahlen, abschaffen wird. Wer noch zusätzliche Zahlungsprobleme bringt, das heißt, Ende Februar ist für Griechenland wirklich ein Problempunkt erreicht, den sie alleine nicht stemmen können. Auch mit diesen kurzfristigen Anleihen, die die alte Regierung ja auch schon ein paar Mal platziert hat. Die wird sie nicht dann platzieren können, wenn nicht auch die EZB garantiert, dass sie diese Anleihen als Sicherheit akzeptieren wird. Das würde Ende Februar ja auch wegfallen, dieses Versprechen der Europäischen Zentralbank. Und von daher muss Griechenland sich schnell bewegen. Ansonsten werden sie schlicht und ergreifend von den Kapitalmärkten abgeschnitten. Da ist ja jetzt gerade einiges im Gespräch. Schuldenschnitt, Verlängerung der Laufzeiten für Kredite, Zinssenkungen, dann die Reformen. Wird die EU Griechenland da irgendwo entgegengekommen? Beziehungsweise denken Sie, dass es am Ende einen Kompromiss geben wird, mit dem alle leben können? Also zunächst mal muss man ja sagen, ein Schuldenschnitt würde der neuen Regierung überhaupt keine Entlastung bringen, weil die Vereinbarungen mit der alten Regierung ja schon so waren, dass momentan die Kredite aus dem Rettungsschirm überhaupt nicht getilgt werden müssen und auch zinsfreigestellt sind. Das heißt, ein Schuldenschnitt würde nur langfristig wirken. Eine Verlängerung der Laufzeiten wirkt faktisch wie ein Schuldenschnitt. Eine Absenkung des Zinsniveaus ist nicht mehr machbar, weil schon fast keine Zinsen bezahlt werden müssen. Und dann will ich schon mal darauf hinweisen, wenn man den Griechen einen Euro gibt, dann werden natürlich vier weitere Länder auch sagen, wir wollen eine entsprechende Entlastung. Das sind die Zyprioten, das sind die Spanier, die Portugiesen und die Iren. Das heißt, jeder Euro für Griechenland kostet in der Summe fünf Euro. Und die werden genau schauen, welche Zugeständnisse Griechenland bekommt, um sie für sich auch einzufordern. Auch das muss Griechenland mitbedenken, doch das müssen die Geldgeber mitbedenken. Also kein Entgegenkommen der Geldgeber? Zunächst mal muss ja auch Griechenland zeigen, was sie bereit sind zu liefern. Wissen Sie, Solidarität ist doch keine Einbahnstraße, wo einer sagt, ihr müsst alle solidarisch sein, aber ich darf machen und tun, was ich will. So funktioniert Europa nicht. Das heißt, Griechenland, die neue griechische Regierung, muss natürlich auch mal auf den Tisch legen, was sie bereit sind zu tun. Da kann man natürlich drüber reden. Sind Sie in der Lage, Vermögen, insbesondere im Reedereibereich, auch einer Steuerpflicht zu unterwerfen? Sind Sie in der Lage, Investitionsmöglichkeiten in diesem Land zu schaffen, um zum Beispiel mal mit der Kirche zu reden, der griechisch-orthodoxen Kirche, um Grunddienstbarkeiten auf Grundstücken abzulösen? Sind Sie in der Lage, endlich mal Grundbücher aufzubauen? Da könnte ich Ihnen noch viele, viele Geschichten erzählen. Das sind die Dinge, die ja auch erbracht werden müssen. Wo wir schnell helfen können, ist im Bereich Investitionen durch die Europäische Union. Hier muss aber auch ein Investitionsumfeld vorhanden sein, das es überhaupt attraktiv macht, in Griechenland Geld zu investieren. Die neue griechische Regierung oder der neue griechische Ministerpräsident Tsipras hatte ja der Bevölkerung sehr viel versprochen im Wahlkampf und setzt ja jetzt auch schon einiges um, zumindest plant er das. Die Arbeitslosigkeit ist in Griechenland in den vergangenen Jahren rasant angestiegen. Die Menschen leiden dort unter den Sparauflagen. Sind die nicht vielleicht doch etwas zu streng gewesen? Ich möchte es mal andersrum sagen. Ein Land wie Griechenland, das zu Beginn der Krise einen Lohnkostenanteil im Haushalt von 75 Prozent hatte, also einen riesigen aufgeblähten öffentlichen Dienst hatte, ein Land wie Griechenland, das in dem Bereich Rentensysteme vier, fünf Leistungen pro Rentenempfänger aus verschiedenen Töpfen hatte, mussten mal ihr System in Ordnung bringen. Und das hat die alte Regierung gemacht. Und das kann man auch nicht wieder zurückdrehen, weil das würde ja bedeuten, dass man wieder einen aufgeblähten Apparat hat, dass man wieder ein System schafft, dass Leistungsberechtigten mehr Leistungen zugesteht, als ihnen eigentlich zustehen. Und deswegen waren viele Reformen dringend notwendig, die auch die alte Regierung gemacht hat. Die können auch nicht korrigiert werden. Was etwas vernachlässigt wurde, und diese Kritik an der Troika hat ja auch das Europäische Parlament mitformuliert, ist die Frage, wie Investitionen ausgelöst werden können. Warum hat der IWF darauf gedrängt, also der Internationale Währungsfonds, dass Mittel aus dem Staatshaushalt zur Investitionsförderung gekürzt werden mussten? Das waren falsche Botschaften. Und insofern kann man schon nachjustieren, aber das heißt nicht, alles rückgängig machen. Apropos nachjustieren, EU-Kommissionspräsident Juncker plant jetzt offenbar, die Troika abzuschaffen. Wie könnte denn eine Alternative aussehen? Zunächst mal kann Herr Juncker die Troika nicht abschaffen, weil sie auch nicht von der Kommission ins Amt gesetzt wurde. Die Troika ist von der Eurozone ins Amt gesetzt worden, über den Rettungsschirm. Und es kann auch nur im Rat der Euro-Finanzminister darüber beraten werden. Und es muss in Deutschland natürlich auch durch den Deutschen Bundestag bestätigt werden. Also Herr Juncker kann da zwar Vorschläge unterbreiten, aber beschließen tut er es nicht. Darum sollte man da auch etwas zurückhaltend sein als Kommissionspräsident. Wer kann das übernehmen? Zunächst mal muss der Internationale Währungsfonds natürlich dabei bleiben. Nur der Internationale Währungsfonds hat auch den rechtlichen Instrumentenkasten, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Und natürlich gehört die Kommission da auch mit rein. Insbesondere wenn es jetzt darum geht, Investitionen mit auszulösen. Ich sehe aber keinen anderen, der hier diese Aufgabe wahrnehmen könnte. Und insofern geht es nur um die Frage, ist die Europäische Zentralbank dabei oder nicht. Das hat aber wie gesagt nicht Herr Juncker zu entscheiden, sondern die Finanzminister der Eurozone und dann die Parlamente in der Eurozone. Sie sagen, Sie sehen da keinen anderen. Griechenland könnte aber ja vielleicht auch von Russland eventuell Geld bekommen. Da hat sich ja schon so ein bisschen was angebahnt. Wie schätzen Sie das ein? Noch eine kurze Antwort bitte. Ja, wenn ich das ganz kurz sagen darf, die Zyprioten warten heute noch auf russisches Geld und ähnlich wird es in Griechenland sein. Vielen Dank Markus Färber für dieses Gespräch. Gerne Frau Augustin. Gerne Frau Augustin.